1-2-2-2-2-3-4-6 Und jetzt noch eben... Okay Okay, wir haben uns entschieden, what the fuck? Die kommen recht schnell Ja, letztes Mal kriegst du ja Ja, sorry Jo, Partner, auf die Seiten verteilen Und jetzt schön fokussend Die rechten Seite, ihr Fallcluster, das ist ein Stern Ihr dürft nicht so lange leben Und zwei Punk gleich Shani, kommst du noch rüber? Jo Ich versuche die erst mal ranzuziehen Laufungsmaschine Rechts die Maschine machen, danach den Berserker Fall auf den Berserker jetzt Oh, ich bin Just like a summer song They stayed there forever I tried to remember From home I tried to remember Memory You gave me another note I watched that is endless Bring it on the road . . Jetzt müsst ihr die erst schnell kaputt machen Die Mittelfahe kommt gleich Ö Buddhists hin und jetzt noch nie mehr sind Erste Transporter und die andere Belagungsmaschine. Zuerst noch den Bonecrusher. Das läuft so gut. Alles CDs. Und nicht vor dem Ding stellen müssen. Wenn wir uns irgendwo in Kuppel reinstellen, dann gleich den Pulitzer des Nenzen. Wenn es knapp wird. Ich habe sich mal einen Hunter an der Kiste und bringe sie auf die linke Seite. Polizide jetzt. Fuchs, ich bin Hexte. Da ist ein Feldgeister. HTC. Andern. Das passt mit den Bomben ein bisschen auf. Ich bin wieder sehr kaum. Fuchs zum Maschine. Ich habe keine Weile ohne. Wir verteilen. Finde ich die Erster mit eben oben. Und Fuchs, dann auch eben mit oben. Fuchs zum Maschine. Ach der Kalaros Maschine. Noch ein Kalaros Maschine. Dann zieh mal die Kalaros Maschine mit ran, wenn du noch. Den D-Ring ruhig nochmal poppen jetzt. Wir werden Laros Maschine zu stellen jetzt. Okay, nice. LK ist da rechts. Rechts ist jetzt im Moment nichts. Da kommt jetzt die Transporter. Wobei nicht. Dann zieh mal die Kalaros Maschine. Du brauchst hier Spieltitel auf der anderen Seite. Transporter dann den Berserker. Ups. Mach den Berserker. Danach auf den Panzer. Danach nächster Berserker. Halt den Tank, stirbt Instant Retzen. Ist klar. Berserker rechts. Entsammler retzen. Ja. Der Hexenmeister muss das machen. Rechts voll auf die Kanone. Halt wenn du selbst nichts. Und jetzt spreadet euch. Seht ihr, dass ihr von den Mobs wegkommt. Einfach von den Mobs wegkommt. Einfach von den Mobs wegkommt. Gut. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss.